Möchtest du noch ein paar Rennen fahren? Ja klar! Auf jeden Fall! Arte, ich kann ja mal ne... ne Liste schliste starten. Juhu! Hast du doch von diesen Stuntrennen noch ein paar? Ach... ach alles klar! Dann hast du hinten ein Glockchen Platz drinne! Nene! Ja, Custom Stunts! Ach du... wo hast du denn das alles? Ach so, stimmt ja! Das ist der neue... der neue Tuner ist das! Der hat die... Klamotten! Jaja! Okay... kenn ich gar nicht! Hey! Ey! Ich glaub's ja wohl! Lass mich in Ruhe geben! So, Einladung dürfte da haben! Alter, was? Alter. Alter. Mit dem Hammer auf den Kopf, genau. Immer auf den Kopf. Einladung haben wir gekriegt, jawohl. Oder? Warte mal, ja. Ich glaube schon. Schnell die Einladung annehmen, bevor Consumer kommt. Also jetzt ist eine Streaming-Quali besser. Ja? Okay. Ja. Ja, jetzt ist es definitiv besser. Gut, dann lasse ich das auf 6 stehen, auf 6 Mbit. Wo ist denn jetzt das Chatfenster? Huch, Chatfenster ist weg. So. Kann ich das wieder da rein machen? Chat anzeigen, so. Kann ich das hier nämlich schließen. Soll ich noch ein drin laden? Du, mir ist egal. Von dem Bild. Umso mehr ist doch umso besser, ne? Umso mehr Geld gibt's mal, ja. Ja. Ist das jetzt so Stunt drin, wie wir gerade hatten? Na, das ist ne Liste. Achso. Ich wollte gerne mal die Neuen weitermachen, wenn wir ein paar Gipführen. Die Neuen sind auch irgendwie ganz geil. Mit dem Rausschießen und so. Flohieter. Mhm. Der Carfo kommt auch, aha, beschäftigt, aha. DJ Hotschi. DJ Hotschi. Ja, Hallöchen. Hallöchen? Hallo? Hallo? Hallo, was ist denn da? Achso, Kevin. Ach, Alpha Kevin, hallo. Hast du gerade deine, deine, deine Eier gemacht? Deine, deine, deine braunen Eier. Die sind schon entfacht. Okay. Stoßt du mit zu GTA? Stoße ich mit zu GTA? Boah. Stoße dazu? Boah. Ja, Kevin ist etwas leise, das stimmt. Dann mach ich mich mal laut gleich, warte. Oh, geil. Willst du irgendwas spielen? Was? Ich spiel ja mit meinem. Was bitte abwechselnd? Von Kim abwechselnd. Abwechselnd? Guck mal, Bibliothek-Killer. Ach ne, wie heißt der? Bibliothek-Killer. Ne, Bibliothek-Killer, 62. Ich hab Bibliotheken-Killer gelesen. Oh, okay. Voll der Nerd. Ja, voll der Nerd. Lucifer. Oh Gott, Lucifer ist dabei. Der liest, oh Gott, Lucifer, oh Gott. Kann ich so schlimm sein, dass ich in Lucifers wohnen. Ja. Der liest wahrscheinlich die ganze Zeit immer so Bücher. So die, die Holy, 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 Holy Bibel. Oder so. Fries, 1603, auf Abruf. Aha. Kann ich auch Spieler noch einladen? Oh ja, warte mal. Ja. Das ist die aktuelle Sitzung. Aller aus Axel, es war im letzten Job. Meine Freunde. Mhm, wurde einfach beigetreten in den Spielern. Ja, ich warte mal. Tschüss. Meine Freunde sind alle kriminell. Meine Freunde sind alle kriminell. Meine Freunde sind alle kriminell. Wir sprechen jetzt nicht weiter. Sind alle kriminell. Meine Freunde sind alle kriminell. Meine Freunde sind alle kriminell. Ach ne Ruckwurst in der Hose. Bitte was? Ist die Dose. Sag mal, sind wir schon so weit? Ist es denn schon so weit? Natürlich, kannst du nur über Twitch gucken, weil Live on the Playstation ist. Bockwurst in der Hose? Mit Ketchup und Mayonnaise. Und Pommes in der Hintertasche. Wie war das damals im Ferienlager? Was denn? Komm, Freddy, Bus bauen. Sag mal, bist du behindert? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Sagst du hier ja? Ja? Hat sie jetzt gerade ja gesagt? Ja, die hat ja gesagt. Okay. Du kannst das aber auch, wenn du jetzt hören willst, was wir reden, kannst du das gerne über die App tun. Ja. Richtig. Hallo Kim, bist du behindert? Richtig, na. Das solltest du sie jetzt nicht so fragen. Okay. Ich weiß nicht raus, wo du wohnst und verprügelt dich dann. Ja, soll sie doch kommen? Ich stehe auf Schläge. Ich bin sexy Batman. Ja, ist doch geil. Ich stehe auf Schläge. Ich stehe auf Schläge. Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Seid ihr behindert? Nein. Nein. Dann seid vorsichtig. Oh, geil. Ist das eine Domina, die da wohnt bei dir? Was? Ist das eine Domina, die da wohnt? Ich höre einfach, du wohnst in der dunkelsten Äcke Deutschlands. Das blöde Wasserflüge. Richtig. Ja. Steh auf Schläge. Hallo Zeus, einen guten guten Abend und willkommen zur Let's Play Live Show. Auch das findet er total genial. Was denn? Wenn du mal meine... Wenn du mal meine... Oh ja, ja geil. Boah, vor allem wenn ich... Oh, geil. Wenn man Kibbeling auf meinen Brustwarzen brät. Hm. Das erinnert mich immer an die Folge von Mitten im Leben, wo er da die komische lebende Buffet, weißt du? Oh, lecker. Boah, lecker so Sprühsamen... Sprühsahne aus dem Bauchnabel lecken. Sprühsamen? Sprühsamen. Sprühsamen aus dem Bauch. Sprühsamen aus dem Bauch. Sprühsamen. Sprühsamen aus dem Bauch. Sprühsamen. Sprühsamen. Sprühsamen aus dem Bauchnabel. Sprühsamen aus dem Bauchnabel. Verstehe ich nicht. Alter, es ist viel zu früh und noch keine 8 Uhr. Äh, noch keine 22 Uhr. Beziehungsweise 8 Uhr auch noch nicht, aber egal. Ey, wir müssen ja nicht ins Bett gehen, dann gibt es bei Netto. Dann gibt es sogar Katzensprühsamen. Was? Freunde? Ohne das Sandmännchen läuft. Wir sollten mal ins Bett gehen. Ja, okay. Okay, ciao. Okay. Auch noch kein Kontakt drin. Warum brennt da der Baum? Äh, okay. Ich glaub, mir brennt der Busch. Wenn sie wollen, genetige Frau, steil ich jede Figur in ihr Busch. Welchen Film war das denn nochmal? Aus, ähm, Franz. Hier, Sissi. Ach, hier, Sissi. Sissi, Franz, schüttel die Kratzen. Glocken für mich. Nein, nicht die Glocken. Oh, scheiß Kante. Hui. Habe ich mal Bock, einen selbst erstellten Rennen von mir zu fahren? Machen wir gerade. Also nicht von dir, also. Also nicht von dir, nee, so wie hier. So eine selbst erstellte, uh, Stunt-Rennstrecke. Äh, Mäp. Mäp. Mäp, Mäp. Nein, Mäp. Quack, 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 quack. Oh Gott, 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 oh Wo ist denn Konsuma? Der ist, der ist mir so, wieder so, unbiegsam ruhig. Aber hier ist kein Kontaktrennen an, das ist langweilig. Kann ich ab dem nächsten Rennen machen? Oh, scheiße, da war ja was. Uah. Ja, Martin ist ja zumindest auch gelandet, oder war das toll? Kann ich ja ab dem nächsten Rennen machen Kontakt an? Ja, natürlich, das ist ja viel lustiger. Hä? Ja. Ja, genau. Was ist Martin? Was ist denn das für ein Tee? Oh Gott. Ich sing das Lagerfeuerlied. Ach, dort muss ich reinfahren. Scheiße, hab ich's doch nicht gesehen. Kann haben wir. Hihihihi. Tag. Oh Gott, was fahr ich denn hier? Oh nein. Auto. Oh Mann, alter Auto. Ich fühl mich gerade wie so am Hamsterrad. Oh, das wird mal wieder Zeit. Muss ich wieder drehen, oder? Oh Gott, was ist das denn? Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich glaube, wann wir ihn nochmal irgendwie weg? Ah, lalalala. Oh. Hui. Kindergarten. Also, sind wir hier mit dem Kindergarten, oder wat? Oh Gott. Jetzt, irgendwie. Oh, die Uwe, alterneben. Hä? Oh Gott. Hilfe. Ich glaube, da hat sich gerade auf Abschiedet. Gerade ist es, äh... Gerade einer selbst überhaupt gegangen. Der wollte nicht mehr. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Oh, nee. Konsuma? Ja? Du bist schwul. Pff. Oh, danke. Du bist ein nasty boy. Ah, ja. Ich bin sexy Batman. Aha. Aha. Ich liebe nasty boys. Ist übrigens ein Insider. Für die Leute, die ihn nicht kennen, einfach mal sexy Batman suchen. Ja. Sascha? Ja? Nichts. Aha. Pff. Wie sie das jetzt anhörte. Wie diese eine besagte Person. Oh. Ich fühle mich wohler, als ich sollte. Tüff. Tüff, 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 tüff. Rühre in the night. Lalalala. Rühre in the night. In the night. Oh, da kommt man an der Gegend. Oha. Oh, das wäre lustig mit Kontaktrennen. Hui. Ja, bis du in das Kontakt an. Oha, das wird dann... Oh, das wird lustig. Sehr lustig. Oh ja. Oha. Oha. Aha. Mö, mö, mö. Mö, 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 mö. Hui. Ich bin zweiter? What the fuck? Kann ich ja gar nicht glauben. Kann ich ja gar nicht glauben. Ja, hört, hört. Jetzt bin ich vierter. Doch. Wie? Kann ich dir nicht sagen. Genau, join einfach. Join the party. Da bist du einfach dann beim nächsten Rennen bei. Genau, dabei. Dabei ist alles. Dabei sein. Genau. Ein grandioser Werbeslogan. So. Oh ja, jetzt riecht den Punkt nicht. Hui. 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 Oh Gott. Ich hab so ein bisschen manchmal das Gefühl, dass ich die zweite Röhre nicht schaffe, mit diesem, wo man nach oben fahren muss. Weil ich so langsam da werde. Hat sie jemand verabschiedet? Mhm. Nein, ich auch. K-S-Wer oder wie der heißt, der hat sich gerade in Luft aufgelöst. Der ist echt fies, ja. Was? Fies? Ja, der ist echt fies. Wer? Ja, der ist echt fies. Der ist vorgelesen von SMS von gestern Nacht. Mhm. So nach dem Motto, ja, äh, ein, äh, äh, ein, äh, ein, äh, ein Mädel, äh, Kerl schreibt eine Frau, so von wegen, ja, wir kennens das mal lange, und ich hab da solche Gedankengänge und so. Und ich hab heimlich eine Bewerbung für dich bei Schwiegertochter gesucht, oder nach Schwiegertochter gesucht, hingeschickt. Nur leider hab ich als Rückmeldung bekommen, dass du weder die Intelligenz, noch das Niveau, noch das Aussehen hast, um bei dieser harten Konkurrenz mitzuhalten. Nicht der Ende. Was? Hab jetzt gesucht, jetzt bin ich Batman geschädigt. I love Nasty Boys. Ja, Toys. Der Insider. Vor allem Teil 2 muss er gucken. Batman in Englisch Teil 2. Ja, ne? Ey, Sascha. Ja. Du bist ja noch bei Gecko drin. Ja, ich weiß. Ich muss das mal ändern. Ja, ich weiß. Ich kann nicht lesen. Ja, ich weiß. Genau. Ja, ich kann ja gar nicht lesen. Sascha muss man auch machen. Computer sagt... Oh, entsprechender 11 mal eine Kreditkartennummer. Das find ich fair. So. Warte. Ne. Dip, 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 dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd garschkille. Ja, das hat zugestoßen Oh, geil Oh, die Strecke sieht lustig aus Was, wenn du drin bist? Immer diese Zweideutigkeit Weiß ich Echt? Aber zusammenschüss ist es jetzt an, ne? Ja, ich hab nichts bekommen Boah, was nehm ich denn? Ich weiß nicht, was ich nehmen soll Danke, danke, hab ich schon einen Und der ist noch wesentlich jünger Wieso trage ich eigentlich noch dieses dämliche Motorradanzug? Oh Gott Ich würde gerne, nein Ja, freier Modus Oh Gott, nein Ich hab eine hier Hast du eigentlich ne Playstation-Kamera? Okay Kannst meine Denys haben Ja, ja Ja Alter, ja, natürlich Wollt ihr mich verarschen? Alter, wollt ihr mich verarschen? Tschau Das war noch von letztens Das ist auch random mit bei Das Grüne musst du immer zerstören Das ist Consumer Oh Gott, was ist das denn für ein Rennen, ey? Oh Gott Da kann ich auch mit Trabi fahren Nix gegen Trabant, ja, aber Na, ihr wisst ja schon Die Liste ich erst neu runtergeladen Okay Und nicht hier fahren Ach jetzt, ey, du musst mich doch jetzt nicht ausbremsen Du Pissenhölke Altes, hässliches Hab ich schon erwähnt, dass ich Hühnangst habe? Oh Ich aber auch, ist nicht schlimm Okay Oh Gott, was ist das denn da hinten? Das sieht aus wie so eine Wasserrutsche aus dem Sportparadies oder so Oh, da oben geht's ab Ja, natürlich Hui Und du mal, wach es dich Wach es dich Hui Da ist einer abgegangen Stimmt, Antrop hat ja nix Wir müssen ja woanders Und so schnell ist man schon So schnell ist man schon dritter Jawohl Oh, die sind da vorne, die kämpfen Ah, ja, hier Guck mal, Klankas baut sie raus Ich kann nix dafür Ich kann nix dafür, weißt du Und dann, zack, in der nächsten Kurve so Bumm Oh, ja Schön angerendet auch Das konnten Kuchen überleut Naja Wird alles weggerammelt Weggerammelt Wir rammeln alles weg So Hallo, Freunde So Ja, aber es gibt ja sehr lange Streckenabschnitte mittlerweile Hui Oh Gott, das geht nicht gut Das wird niemals nicht gut gehen Das wird niemals nicht gut gehen Was? Ihhh Bitte was? Oh Boah, Alter, Alter, was Oh, wie Alter, wie mies ist das denn? Boah, wie mies ist das denn? Oh, Freunde, freut euch schon mal Boah, Vorsicht Nein Doch Ah Ich komm nicht rüber Oh nein Ich bin zweiter Wach dich Mal sehen, wie lange Ich bin siebter Okay Konnte man da nicht abkürzen? Bestimmt nicht Nee, muss den Checkpoint fahren Ja, du kannst nicht abkürzen Wache Nee Hui Oh, ja, macht's gut, mein Freund Also der hat sich gerade verabschiedet Von selbst Wer ist denn da Wer ist denn da Ja, wer ist denn da hinter mir? Ich Ich nicht Wer ist denn Aha Plankton Nein Nein, was denn jetzt? Doch, bin ich Fürchterlich Vor den Planktonnen Oh Gott Ach, hey, hey, hey Wie würdest du denn so parken? Ist das ein dummes Rennen, Alter Mit den hochfahren Nein Ich drück nach links Und trotzdem fährt er nach rechts Äh, nach, äh, nee Nein, doch Ah Ich lenk nach links Der fährt nach links Scheiße Da ist ein Knöpf Da steht dröf Ich hab eigentlich nach rechts gedrückt Aber er ist nach links gefahren Scheißkarre Das halte ich für ein Gerücht Da ist ein Knöpf Der steht dröf Ein öff Ein öff Geh weg, lass mich Geh weg, du machst mich nervös Ich mach doch gar nichts Wenn du in meinem Hinterteil schnüffelst Oh, jetzt geht's wieder runter Oh nein Oh nein Oh nein Oh, ist das fies Oh, ist das gemein Oh doch Oh doch Tschüss Sascha Nein Ha, von wegen Ciao Scheiße, ich hab den Nein, ich hab den Checkpoint verpasst Nein Scheiße, ich hab den scheiß kacken Checkpoint verpasst Alter Ich auch Mist Fuck Nein 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 Ah Ihr habt den Checkpoint verpasst Ihr habt den nicht verpasst Ihr habt den alle Oh Schrei doch nicht so Oh nein Oh, ist das hohl Boah, dass es mir dem runterfallen ist aber hohl Alka Schwede Ja, ja, ja Weg da Was Wieso bin ich jetzt fünfter? Ich war erster Das gilt nicht Doch Wer ist eigentlich hin? Wer ist der Vorschein? Doch Oh Oh, warte Oh, warte Oh, warte Oh, warte Was, wer der Horst ist? Der Horst Ich Okay Okay Alles gut 49 von 50 Die Checkpoints liegen ja ganz schön weit auseinander Ja Ach, da gibt's noch krassere Strecken, wo sie noch weit draußen am neuen liegen Jetzt ist mein Controller auch gleich noch leer Ähm Ja, nee, ist klar Das ist jetzt nicht deren Ernst Ach, runter, 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 runter Ich fliege über den Checkpoint? Ja Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott Vorsicht, ich komm da Nein, 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 nein Untergefallen Ich weiß jetzt nicht, ob ich da durch muss Regnen Ja Okay, ich falle Also, dass man heftig überspringt über das Ding, das haben sie blöd gemacht Ja Derjenige, der das erstellt hat Ja Ich bin mal gespannt, ob das jetzt nicht wirklich richtig ist Siehst du, wenn das Licht angeht Genau, ob du wirklich richtig stichst, siehst du, wenn das Licht angeht Nein, was mach ich denn? Oh, Mann Oh, diese dämliche Röhre, ey Nein, ich falle Oh Oh, die Huckel hier Wer ist denn, hä? Wieso bin ich jetzt, hä? Oh, Gott, Alter Ich, ich, oh, ah Na, wo muss ich denn hin? Nein, ernsthaft? Ach, komm Das ist ein Witz Ey, das glaub ich jetzt nicht Wo, oh, nein Hä? Ich glaub, du musst die Röhre entlangfahren, oder? Oder wie? Ich, oh, das ist schon einmal rückwärts gefahren, mal Alter, ich noch nicht Ich versuch die Röhre, aber ich weiß nicht, wie ich da anstatt ein Ziel kommen soll das ist schon weit, wo viel Geschwindigkeit kannst du gar nicht aufbauen Ey, das ist jetzt nie wahr Nein, wo viel Geschwindigkeit kannst du gar nicht aufbauen Das ist gerade so dumm gemacht hier bei dem Game Ja, ich habe doch gesagt, dass es nicht der Spaß ist und trotzdem wie so eine Unsichtvorräte, eine Welle, die mich einfach rumverkickt Wo ist ein Ziel? Zurückfahren oder was? Ich bin zurückgefahren und dann bin ich gesprungen Okay Doch rückwärts? Hör doch mal auf mich Ich glaube, da kommt jemand Wer? Ich? Jetzt wieder? Nein, war ich nicht Ja, habe ich auch gehört Habe ich auch gehört Achso, so hast du es gemacht Achso, ja so kann ich es auch Yeah Ja, so kann ich es auch Ja, so kann ich es auch Ja, natürlich auch So geht es tatsächlich auch, jawohl Ja, ich wäre schön erster gewesen Na super Ich wäre schön erster gewesen, na super Ja, ich bin es Ja, ich bin es Ja, klar, komm mal Wie geil, so warte mal, warte die Einsteller muss mal eben nochmal hier Audiomix anpassen So So Ja, das Auto, das musst du auch ohne eigene Autos schaffen, weil wenn du, äh, ja Ja Ja, das schaffst du es, schaffst du es nicht mit eigenen Autos Ja, das schaffst du es ja mit dir Ja, das schaffst du es ja mit dir Andersrum Ja, schon mitbekommen, dass wir in der Tour gefahren sind Ja, stimmt Ja Ja Du bist zweiter Achso Wir müssen das Karte mal anschließen, jetzt haben wir doch keine Saft mehr Keine Saft mehr Trotzentausend Das lässt sich doch mal sehen Orang strich nur die Müllabfuhr 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 So, Dose leer So, Dose leer Äh Hoi Hoi Erzähl noch mehr von zu Hause Dose leer muss ein kühles blondes her